Guten Abend, liebe Journalisten, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 16. Spieltag, an dem der HSV vor 40.983 Zuschauern mit 1 zu 2 gegen Eintracht Frankfurt verloren hat. Ich begrüße die beiden Cheftrainer Niko Kovac und Markus Gisdol bei mir und bitte den Gästetrainern um sein Statement zum Spiel. Ja, hallo, guten Abend. Ich glaube, jeder hat es gesehen. In der ersten Halbzeit waren wir die Mannschaft, die nach dem 0-1 gut wiedergekommen ist. Wir hätten dort sicherlich mit 4, 5, 2 in die Halbzeit gehen müssen, haben wir nicht getan. Die zweite Halbzeit ging ganz klar an den HSV. Wir haben sehr viel Glück gehabt, dass wir das Spiel nicht noch hergegeben haben. Von daher zwei verschiedene Halbzeiten, glücklicher Sieg für uns. Aber unterm Strich freue ich mich trotzdem, vor allen Dingen, weil meine Mannschaft einen absoluten Siegeswillen gezeigt hat. Sie haben sich in jeden Ball reingeschmissen. Wir hatten nach einigen Minuten die Verletzung von David Abraham. Dann mussten wir in der Halbzeit den Miad auswechseln und sind zum Schluss letztendlich auf der Felge gelaufen. Aber die Jungs haben trotzdem alles gegeben. Kompliment. Und ja, wir freuen uns. Danke, Niko Kovac. Dann, Markus, bitte ich dich um deine Analyse zum Spiel heute. Ja, ich denke, Niko hat schon vieles richtig gesagt. Wir haben, glaube ich, eine gute Anfangsphase von uns gesehen. Die ersten 15 Minuten, wo du gedacht hast, wir sind richtig gut im Spiel drin. Wir hatten uns auch schon eigentlich auf das zweite Tor gedrängt. Und wir lassen uns dann mit einem wirklich einfachen Fehler, der zum 1-1 führt, richtig außer Dritt bringen. Wir haben da einen Faden verloren in der Phase. Man musste sich dann auch wechseln und dann wurde es nochmal ein bisschen stabiler. Aber die erste Halbzeit hatte man sicher eine Phase drin, die wir uns so nicht erlauben können und die wir zuletzt auch nie hatten. Und dann in der zweiten Halbzeit waren wir wieder neu ausgerichtet und es war dann wieder okay. Aber du kannst dir halt in der Bundesliga 20 Minuten in Unordnung oder in fahrigem Spiel nicht erlauben. Da erwarte ich auch, dass Spieler dann die Verantwortung auf dem Platz übernehmen und die Sache kurz sortieren. Das hatten wir heute nicht. Und deswegen zahlen wir diese 20 Minuten bitter, weil wir dadurch das Spiel verlieren und hier nichts in der Hand haben. Und da geht es auch nicht darum, die Dinge dann schön zu reden und dann zu erzählen, wie gut wir es vielleicht in der zweiten Halbzeit gemacht haben. Wenn du keine Tore machst, dann hast du halt keine Punkte und wir brauchen Punkte. Danke. Danke, Markus. Dann bitte ich um Ihre Fragen. Und das erste Handzeichen kam von Kai Schiller vom Hamburger Abendblatt, einem an der zweiten Reihe. Sie haben gesagt, Sie mussten wechseln. Sie mussten aus leistungs- oder organisatorischen Gründen wechseln, nicht aus verletzungstechnischen Gründen. Ja, Organisation auf dem Platz hat mir nicht gefallen. Ich hatte einen Spieler gebraucht, der ein Stück weit die Ordnung übernimmt und das hat Albin dann gut gemacht. Wolfgang Stephan vom Stadter Tagblatt. Herr Kovac, war das Ihr Matchplan, dem HSV so viele Spielanteile zu überlassen und dann eiskalt zu kontern? Nein, also das vor allem in der zweiten Halbzeit war nicht beabsichtigt. Wir wollten schon in der ersten Halbzeit den Gegner gut vorne anlaufen, gerade die beiden Innenverteidiger, was uns zum Teil ganz gut auch gelungen ist. Im Umschaltspiel, das war ganz klar. Ich habe mit Luka Jovic bzw. Ante Rebic zwei Spieler gehabt, die immens schnell sind. Marius Wolf ist unter anderem auch einer aus dem Pressing, aus dem Gegenpressing wollten wir herauskommen. Das haben wir gerade beim zweiten Tor richtig gut gemacht, wo der Ante den Ball sehr gut sichert. Darüber spielt er auf Marius, dann geht es nochmal weiter. Das war unser Matchplan, ist aufgegangen in diesen beiden Situationen, aber in der zweiten Halbzeit ist eigentlich gar nichts aufgegangen, außer dass die Jungs bis zum Umfallen gekämpft haben. Weitere Fragen einmal da oben auf dem Podest. Herr Kovac, zweigeteilte Frage. Zum einen, was macht David Abraham? Wissen Sie schon, was mit dem ist? Und zum anderen, Sie haben ja relativ viel rotiert dann doch. Wir waren dann doch etwas überrascht, dass es dann tatsächlich so viele waren. War das wirklich jetzt alles nur so geplant oder war da auch irgendwas, dass irgendjemand erkrankt war oder sonst irgendwas? Beim David schaut es so aus, dass wir ausschließen mussten, dass es eine Wadenbeinfraktur ist. Das ist ausgeschlossen, das heißt, er hat ein Hämatom, ein Bluterguss. Ich gehe davon aus, dass wir das bis zum Wochenende hinbekommen. Letzten Endes haben wir einen breiten Kader. Wir haben noch ein Pokalspiel hinten dran. Das heißt, vier Spiele in elf Tagen. Wir müssen schon irgendwo zusehen, dass wir jeden zum Spielen bringen, beziehungsweise auch dann die nötige Frische an den Tag legen. Geplant war eigentlich schon, dass Marius Wolf bzw. Ante auch nicht 90 Minuten spielen, aber man plant das eine. Aber man kriegt dann immer das andere, sodass wir diejenigen, die dann reingekommen sind, deswegen gebracht haben, weil wir das Vertrauen zu den Jungs haben. Das haben sie heute auch ganz klar bestätigt. Und von daher, ja, alle kommen zum Spielen. Jeder gehört zum Team und das wird auch weiterhin so bleiben. Der Kollege. Herr Kowalsch, es ist bekannt, wo Frankfurt stand, als Sie übernommen haben, den Ist-Zustand sehen wir jetzt. Wie sieht eigentlich Ihr Zukunftsbild der Eintracht aus? Ja, wenn ich das wüsste. Wenn ich jetzt eine Kristallkugel hätte, könnte ich Ihnen das sagen. Habe ich nicht. Ja, eins ist klar. Gewissheit hat keiner. Wir leben alle in der Ungewissheit. Keiner weiß, was morgen passiert. Von daher, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich würde mir wünschen, dass es erfolgreich sein wird. Das kann ich Ihnen nur sagen. Herr Kai-Uwe Hesse von der BILD-Zeitung. Jetzt hatten Sie ja in den beiden Spielen, sage ich mal, drei eigentlich anständige Halbzeiten mit einem Punkt und 15 insgesamt. Das ist natürlich, ja, arg bitter, ne? Das ist richtig, ja. Es ist bitter, weil wir in den beiden Heimspielen jetzt speziell, glaube ich, einfach auch locker hätten vier Punkte machen können mindestens. Das haben wir nicht gemacht und das tut natürlich jetzt gerade weh. Das ist klar. Auf der anderen Seite müssen wir das jetzt auch schnell abschütteln, weil wir am Freitag schon wieder spielen und morgen schon wieder die Köpfe klarziehen und uns auf Gladbach dann vorbereiten. Wir müssen da versuchen, das zurückzuholen, was wir heute haben liegen lassen. Bitte sehr. Herr Kovac, Sie waren ja auch immer mal wieder ein bisschen unzufrieden in der Vergangenheit mit Ante Rebic. Wie hat er das heute gemacht, auch defensiv? Waren Sie heute zufrieden? Und können Sie vielleicht nochmal was zu Timothy Chandler sagen, der ja lange nicht gespielt hat und heute irgendwie ganz gut durchgehalten hat? Oh, dann geht jemand auf Entenjagd. Ja, Ante Rebic ist natürlich bekannt. Ante hat Fähigkeiten, die ich immer wieder apostrophiere, gerade nach vorne. Seine Schnelligkeit, sein Durchsetzungsvermögen, seine Robustheit. Nach hinten hin hat er immer wieder mal Aussetzer. Heute fand ich, hat er es gut gemacht. Man muss Folgendes wissen, wir haben ja vor kurzem gegen Bayern München gespielt, wo auch ziemlich viel gelaufen ist, vor allen Dingen viel im Sprint. Heute war das ähnlich. Heute muss ich ihm wirklich eine äußerst gute Note ausstellen, was ich auch gerne mache. Nicht nur ihm, sondern allen anderen auch. Und Timmy, nach sieben Wochen nach einer Meniskus-Operation dann so wiederzukommen, das ist gut. Der hat das durchgehalten, aber wie Sie schon gesehen haben, meine Mannschaft ist schon körperlich auf einem hohen Niveau. Von daher war das für mich keine Überraschung, dass der Timmy das durchgehalten hat. Gibt es weitere Fragen? Ja, da nochmal. Herr Kovac, Sie sind jetzt ja die stärkste Auswärtsmannschaft der Liga. Haben Sie vielleicht eine Erklärung für diese Diskrepanz, Heim, Schwäche, Auswärts, Stärke? Ja, es ist ja so, dass viele Mannschaften, ich habe es glaube ich auf 80 Prozent betitelt, zu Hause schon Schwierigkeiten haben, das Spiel zu machen. Es gibt nicht viele Mannschaften, die zu Hause das Spiel machen können. So geht es uns auch. Wir fühlen uns sehr viel leichter in der Rolle, wenn wir gut verteidigen, beziehungsweise gut stehen, dementsprechend auch gut umschalten, weil wir eben auch das Spielerprofil dann gerade auch vorne haben. Das ist der Grund. Wir arbeiten auch daran, dass wir zu Hause besser spielen, was uns letztes Jahr schon gelungen ist, dieses Jahr eben nicht. Aber unterm Strich, das wird der Markus bestätigen, geht es nur um Punkte und wir müssen zusehen, wo wir die Punkte holen. Und wenn wir es auswärts machen, umso schöner. Ja, wenn wir es zu Hause machen würden, wäre es auch toll. Aber wir haben jetzt 25 und wir brauchen noch einiges, weil Sie ja selbst alle schieben von hinten. Und es wird noch ein enges Rennen werden bis zum Schluss. Gibt es noch eine Frage? Ich sehe keine Wortmeldung mehr. Dann herzlichen Dank für das Interesse an der Pressekonferenz. Ihnen allen noch einen schönen Abend und den Gästen eine gute Heimreise. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.